Und wenn du dich mit verhältst, darf ich auch mal kosten. Denn da steht auch mal drauf. Lassen Sie dich verstehen? Ja? Wenn du dich erst Stimme aufschreibst. Was soll ich Stimme aufzeigen? Zeig's mir. Wir rechnen jetzt noch die nächsten um. Hier einfach bitte. Okay? Ja, mach hier. Nichts. Dann ist mehr. Haben wir jedenfalls? Ja. Das kann ich nicht. Na, ich muss mal schauen, wie du aufgehörst. Schreibst du quasi auf einmal? Ja, ja. Du hast dir die Vorstellungen gemacht. Ja, ja. Dann schreibst du sie auf. Ja, ja. Dann schreibst du sie auf. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Aber so ist es schneller, ne? Erstens ist es viel schneller. Ah, okay. Und zweitens ist es so, von einer stumpfen Anschluss dann genau den Anschluss zu kommen, das ist ja total schwierig. Okay. Aber wenn du so zurückkommen hast, du siehst ja den von oben drauf. Nein, 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 nein. Du schleifst quasi genau so lang, bis das nicht mehr geht. Okay. Ich meine, ja. Aber ich schreib es eigentlich nicht mehr. Nein, ich komme noch mal ein Glas mit. Wenn du da her gehst. Genau. Und das Profil, was du da hast, schleifst du einfach nur stumpf auf. Okay. So. Dann hast du eben da richtig gebreiten Flächen. Und die schleifst du dann runter, bis du so, dass du ganz scharf hast. Und dann fühlst du im ersten Versuch perfekt die Form, die du später haben willst. Wenn du genau unten auflegst, dann bist du relativ gleichmäßig so lang. Aber das ist eigentlich am einfachsten. Wie, wenn du jetzt mal den Boden hier verknallst, dann fühlst du das alles. Das ist ja was. Ja, jetzt bin ich da hinten, bis du einfach nicht ausgelöst. ja ja Spannende Musik 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 Okay. Schrauben Sie sich an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay. Vielen Dank. 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 Bye. So. Bye. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.